Und im Studio darf ich jetzt die frisch angelobte Staatssekretärin für Jugend und Generationen begrüßen, Claudia Plackholm. Danke fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung. Frau Plackholm, auf den ersten Blick gibt es Ähnlichkeiten zu Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Chefin der jungen ÖVP, überraschend Staatssekretärin in einem noch sehr jungen Alter. Sie sind am Freitag 27 Jahre alt geworden, noch kein abgeschlossenes Studium. Sind Sie der weibliche Sebastian Kurz, wie manche Medien das jetzt titeln? Nein, ich bin die Claudia Plackholm, bin seit Montag angelobte Staatssekretärin für die Jugend in Österreich und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Sebastian Kurz ist kein Vorbild für Sie? Mit den Vorbildern habe ich es generell nicht so. Es gibt sicherlich einige Menschen, von denen man sich was abschauen kann. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass man nicht nur in Fußstapfen tritt, sondern immer auch seine eigenen Spuren hinterlässt. Und da werde ich meinen ganz eigenen Weg gehen. FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz wirft der ÖVP mit ihr und mit der Besetzung auch von der Generalsekretärin von der neuen Laura Sachs-Lena quasi Parteitaktik vor und sagt auch, die Personaldecke muss mittlerweile sehr, sehr dünn sein, dass Sie da jetzt ausgewählt wurden und spricht Ihnen damit eigentlich Kompetenz ab. Was entgegnen Sie ihm? Ja, Illaus, wir von solchen Meldungen auch in den sozialen Medien absolut nicht irritieren. Das ist mir ehrlicherweise wurscht. Wichtig ist, dass die Sachpolitik im Vordergrund steht und das möchte die Miteinander parteiübergreifend und über die Regierungsgrenzen hinaus vorantreiben. Das ist die große Chance, die wir jetzt auch haben mit einem eigens geschaffenen Staatssekretärrat für Jugend, damit wir der Jugend eine Stimme geben können und ich möchte Impulsgeberin für die Jugend sein. Sie übernehmen ja eben, Sie haben es gerade gesagt, als neue Staatssekretärin auch die Aufgaben von der bisherigen Ministerin, also von der Ministerin Susanne Raab. Sie übernehmen, also sie war bis dato für Frauen, Familie, Jugend und Integration zuständig. Sie übernehmen jetzt die Jugendagenten. Jetzt hat man aber in der Vergangenheit recht wenig eigentlich von den Jugendagenten gehört. Was soll sich denn da jetzt ändern unter Ihnen als Staatssekretärin? Ja, generell ist die Herausforderung Nummer eins für die aktuelle Bundesregierung die Bewältigung der Corona-Pandemie und ich möchte mein Hauptaugenmerk darauf legen, die Bewältigung der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche in den Vordergrund zu rücken. Wir haben jetzt sehr, sehr intensive und schwierige Monate, eigentlich sogar schon Jahre hinter uns mit unzähligen Lockdowns und wo immer so dieses Thema physische Gesundheit im Vordergrund ist. Das Virus, das eigentlich unser Leben bestimmt und prägt, aller Generationen und das Thema psychische Gesundheit, wie es auch im Beitrag angesprochen wurde, ist sehr in den Hintergrund gerückt. Und Kinder und Jugendliche haben da sehr, sehr gelitten. Ich glaube, man braucht da nur an Schülerinnen und Schüler denken, die eigentlich im Distance Learning über Lernpakete bis hin zu keine Freunde treffen, kein Maturaball, der stattfindet, bis hin zu Studenten, die nicht auf Auslandssemester fahren können, geschweige denn überhaupt Präsenzlehre an den Universitäten im Hörsaal genießen können, wie das ja vielleicht gerade als Erstsemestriger auch dazugehört. Diesen Jugendlichen werde ich eine Stimme geben in der Bundesregierung und viele, viele Themen vorantreiben und da bin ich froh, dass auch Jugendliche speziell jetzt bei den Öffnungsmaßnahmen wieder in den Vordergrund gerückt werden, weil gerade außerschulische Jugendarbeit auch extrem wichtig ist, abseits der Themen in der Schule, dass Jugendliche wieder sich mit Gleichaltrigen treffen können, weil das ist gerade, wenn man sich in die Welt eines 14-Jährigen beispielsweise hineinversetzt, der unter einem Dach mit den Eltern lebt, vielleicht auch nur Geschwister dabei hat, wo man vielleicht in diesem Euter nicht alles mit den Eltern unbedingt austauschen will, verständlicherweise, da gehört der soziale Kontakt dazu, die soziale Gesundheit, die psychische Gesundheit und da gehört ganz einfach der Schulbesuch dazu und auch außerschulische Jugendarbeit, die möglich ist. Sie haben uns ganz auf die psychische Gesundheit angesprochen, das stimmt, das war auch in den Forderungen dabei von den anderen Jugendsprechern. Wie wollen Sie das ganz konkret, und das ist ja wirklich ein Problem auch in der Corona-Krise, die psychische Gesundheit der Jugend, was wollen Sie da, vielleicht drei Punkte, was wollen Sie da ganz konkret machen, um den Boden unter den Füßen auch wegzuziehen, diesen Problem, sage ich einmal. Ja, ich bin der Meinung, dass es da viele niederschwellige Zugänge auch braucht. Der Gesundheitsminister hat 13 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die psychische Gesundheit von Jugendlichen auszubauen, um dort auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern zu steigern. Ich glaube, man muss auch viel früher ansetzen in den Schulen, um wirklich alle Jugendlichen zu erreichen und auch dieses Tabu zu brechen, dass man über psychische Gesundheit, über Wohlbefinden, über die mentale Stärke von Jugendlichen spricht, sie darin bestärkt. Und es geht einerseits über Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die meiner Meinung nach auch in den Unterricht besser integriert gehören. Aber soll es da mehr Geld geben, auch für Psychologen? Bin ich definitiv der Meinung und würde das unterstützen und mich auch dafür einsetzen. Ich glaube aber auch, obseits, dass es niederschwelligere Zugänge obseits der Schule braucht. Es ist vielleicht der Griff zum Hörer, dass man tatsächlich Hilfe braucht. Oft eine große Hemmschwelle für Jugendliche. Jugendliche schreiben gern SMS, chatten vielleicht lieber miteinander, dass man dieses Angebot, auch dieses Niederschwellige ausbauen kann. Man kann sich Hilfe holen, wenn man im Alter von 14, 15, 16 Jahren nicht unbedingt mit den Eltern alles teilen will. Und der soziale Kontakt auch schwierig ist in Zeiten des Lockdowns. Das erschwert ja immens viel. Und wenn uns die Pandemie eines gezeigt hat, dass man nicht alles digitalisieren kann und deshalb alles daran setzen muss, dass diese sozialen Kontakte obseits der Bildschirme wieder möglich sind. Wie viel mehr Geld soll es geben für den Ausbau von Psychologen und Psychotherapie? Ganz konkret eine Zahl. Der Gesundheitsminister hat jetzt einmal 13 Millionen Euro in den Raum gestellt. Aber nur für die psychische Gesundheit? Für die psychische Gesundheit von Jugendlichen, ganz speziell für diese Altersgruppe. Da müssen wir jetzt auch Schwerpunkte setzen, wohin dieses Geld genau fließen muss. Und meine Meinung ist, wie gesagt, dass es hier einen niederschwelligen Zugang auch braucht. Weil gerade wenn ich dann professionelle Hilfe auch brauche, in weiterer Folge in einem Krankenhaus, da ist oft eh schon, da brennt dann im wahrsten Sinne des Wortes eh schon der Hut, da braucht es vorher viele niederschwellige Möglichkeiten, dass sich Jugendliche auch selbst zu helfen wissen und Hilfe in Anspruch nehmen können. Am Dienstag gab es einen Familien- und Jugendausschuss. Die SPÖ hat der Anträge zum Thema Kinderarmut zu einem Jugendgipfel, zu einem speziellen Jugendfördertopf eingebracht. Alle Anträge sind vertagt worden. Auch die Valorisierung der Bundesjugendförderung. Warum? Ich habe gerade nach meiner Angelobung am Montag als ersten Schritt nicht nur die Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher alle im Parlament vertretenen Parteien kontaktiert, sondern auch viele Jugendorganisationen, da bin ich aktuell nur dabei, durchgerufen, weil es mir wichtig ist, alle Jugendlichen an einem Tisch zu holen. Alle Jugendorganisationen, parteiübergreifend. Ich glaube, das ist nicht nur angesichts der Corona-Pandemie eine große Herausforderung, sondern auch bei vielen anderen Themen zeigt ja gerade Jugendpolitik, dass es da viele einstimmige Materien gibt und man das Gemeinsame durchaus auch in den Vordergrund stellen sollte. Und ich freue mich, wenn ich die Jugendorganisationen auch am Tisch habe. Die haben viele Herausforderungen abseits der Bundesjugendförderung und diese gilt es gemeinsam zu bewältigen. Da freue ich mich auch auf den Input der Jugendorganisationen, von denjenigen, die auch tagtäglich mit Jugendlichen zu tun haben. Aber noch einmal die Frage, also die SPÖ hat das kritisiert, dass sie da alle Anträge vertagt haben, dass alle Anträge vertagt wurden. Und warum ist auf diese Anträge von der SPÖ nicht reingegangen worden? Ich war zu diesem Zeitpunkt, wie der Ausschuss stattgefunden hat, habe ich formal noch nicht einmal das Jugendressort übergeben bekommen. Das ist jetzt noch nicht einmal eine Woche alt, dass ich Stadtsekretärin für die Jugend sein darf. Ich habe heute gerade erst eine große Videokonferenz mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sektion Familie und Jugend gehabt, wo es gerade auch um dieses Thema gegangen ist. Die operative Abwicklung beispielsweise der Bundesjugendförderung. Und da freue ich mich jetzt zuerst einmal auf den Austausch mit den Betroffenen. Und das sind die Jugendorganisationen. Noch eine ganz kurze Abschlussfrage. Wir haben jetzt über die Pandemie gesprochen. Da wollen Sie ganz viel machen. Was sind denn noch drei andere Punkte, die Sie abseits der Pandemie angehen wollen, ganz konkret? Ganz konkret das Thema Klimawandel und Klimaschutz im Speziellen ist ein Thema, das nicht nur die junge Generation sehr stark beschäftigt, aber da braucht es Lösungen und meiner Meinung nach innovative Lösungen, wo wir gerade auch vor den Vorhang heben können, dass wir junge Menschen auch darin bestärken, in Österreich zu gründen. Klimaschutz made in Austria schwebt man da gewissermaßen auch vor. Das ist Thema Nummer eins, wo wir Nachhaltigkeit voranstellen müssen, als Thema Nummer eins bei den Jugendlichen. Ein weiteres Thema ist, dass sie Jugendliche gerade durch harte Arbeit und Fleiß auch wieder etwas aufbauen können in Österreich. Ein Eigenheim zu schaffen beispielsweise, das ist aktuell irrsinnig schwierig und von immensen Kosten besetzt. Deswegen müssen wir da dringend auch handeln. Und ein dritter Punkt ist definitiv auch das Bildungssystem, wo seit meiner Zeit in der Schülervertretung eigentlich es mir ein Hauptanliegen auch ist, Schülerinnen ihren Talenten und ihren Stärken weiterhin zu bestärken, statt auf den Schwächen im Bildungssystem herumzureiten. Frau Staatssekretärin, wir müssen leider schließen an dieser Stelle. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.